Das heißt, wir könnten gleich zum nächsten Umi rennen. Unser Viertel wird angegriffen, auch das ist auch noch. Ich hoffe, die nehmen uns das nicht wieder ab. Ja, gibt es denn irgendwas zum Vorn? Nichts ja wirklich. Wo ist denn das? Da vornad. Da vornad. Ja, und den Polzisten glaube ich, nehmen wir das Ding lieber nicht ab. Scheißdreck. Jetzt rennen wir da die ganze Zeit übereinander. Ich hoffe, die nehmen uns das Viertel nicht ab. Sonst müssen wir es nämlich nochmal neu erobern. Gut, da sind wir schon. Jetzt müssen wir mal hier die Typen erledigen. So, war das alles, oder wie? Das ist alles, oder wie? Das Gebiet bleibt in unserer Hand. Und das ist schön. Das war mein Auto wieder. Das ist auch noch. Das ist voll bei Autos, ich bin auf. So, wir fahren nochmal da in das Gebiet. Und suchen uns da ein paar Gegner. Ja, oi, da sind die listig. Verschwind. Das heißt, wir müssen zwischenspeichern, sonst wären wir denn die Fahndungsstern nicht los. Immer noch nicht. Gut, ich kann es natürlich auch so machen. Ich tue jetzt noch eins erobern. Und den Rest tue ich offline erobern, weil sonst zieht sich das ja ewig dahin. Wir brauchen ja noch... Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn noch? Achte. Wir brauchen noch acht Stück. Das heißt, ich tue jetzt noch eins erobern. Mit Aufnahme. Und die restlichen Simmel tue ich dann ohne erobern, weil sonst zieht sich das zu lang dahin. Und das interessiert auch wieder keinen. Wenn wir da folgenlang nur Gebiete erobern. Eins machen wir noch zusammen. Schwederpolizei, überall. Das gibt's ja gar nicht. Ich werde fliegen. So, provoziert haben wir's. Also wie gesagt, das nehmen wir jetzt noch ein. Gemeinsam. Und dann lege ich Pause ein. Und tue die restlichen allein erobern. Ja, das ist ja wieder super. Dass der Bulli da gerade jetzt da sein muss. Und sie erwischt. Nikke. Der Bulli. Wo ist er denn? Bei einem Obknoll. Selber schütt. So lange nicht mehr können wir. Aber wenn einer da ist, dann sind die anderen nicht weit. Okay. So, jetzt müssen wir dann gerade mal die anderen Herren noch da hertraben. Okay, das war die erste Welle. Oh, you're too kind. Gibt's Westen? Nix. Und die kämen jetzt von hinten. Geh her. Geh her. So, dann haben wir noch zwei. You don't need it now. Muss schnell die Westen holen. Dann gleich wieder abhauen. Ach, das ist auch noch nicht. Das ist gut. Wo ist mich da? Ihr könnt ja mal aufvergehen, oder? Dann brauche ich nicht mehr abhauen. Dann brauche ich nicht mehr abhauen. Ja, die schlucken gut weg. Ah, du bist so kind. Gut, das Viertel gehört uns. Jetzt höre ich mir noch schnell die Westen. So, also wie gesagt, gehe ich jetzt speichern. Und dann tue ich die restlichen Gebiete offline erobern, weil sonst zieht sich das einfach zu lang. Oh, das ist auch dann nicht mehr so interessant. Weil man nur folgenlang beobachten kann, wenn man da Gebiete erobern. Jetzt haben wir nämlich 13 Gebiete. Moment mal. Jetzt wird die Chance gerade ideal, gehe. Gut. Hört nicht, ich haute. Ich meinte, ich kann noch was provozieren. Auf dem Rückweg. Ich habe nur einen Fahndungsstand und die Jungen, als hätte man schon... Oh, da muss ich mir gehen ab. Wie viele Autos schon? So, wo gibt's das? Bei ohren Fahndungsstängen, der ist sonst da schon so jung. Das gibt's ja gar nicht, oder? Da ist doch was faul. Idiot! Da ist auch einer. So, also wie gesagt, jetzt soll ich speichern und dann geht's genau bei 20 Gebieten weiter. So, also wie gesagt, jetzt soll ich speichern.